Inci Gibi Sabun Malzeme 210 Gramm Schefaf Erreğebile Sabun Baze 40 Gramm Okyanus Essence Biraz Altın, Mavi Ve Frozen Zedef Merhaba, Justine Sabun Atelier.com'dan Bugün bir tane Işiltili Sabun yapmak istiyom Kalble olacak Okyanus Kokusu olacak Olanlar için mümkün Ya da babaların için belki bir şey olabilir Şeffaf sabun bazı kullanıyoruz Altın renkli sedef Frozen renkli sedef Ve mavisi sedef İlk olarak biraz suyla bunu ereceğiz Burada dedim ki Bir yudum Biraz büyüdü yudum oldu İlave ediyoruz Öyle terlemeyi engelliyor Ereceğiz Bundan sonra kokulandıracağız Sedefler için bir sedefler Sedefler için biraz kalın İçtiğe bir sedef İçtiğe bir sedef Şeffaf sabun bazı Erret Şimdi essenzil İçtiğe bir sedef Karıştırıyorum Dieser Teice ist eine schnelle Kohlabäule. Schöne da iihni Thamespäck kapfen. Böde ich an die Säderfleren. Kohlabäulegen und Drücke. Wir büren dann 70 Gramm aus der Bukalipkette, 70 Gramm aus der Bukalipkette. Das ist das Tabakita, der sich in den Köln befindet. Wir haben das Köln. 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 Wenn ich so eine solche Arbeit mache, wenn ich eine solche Arbeit mache, dann kann ich den Kupfügel nicht mehr machen. Ich habe den Kupfügel mit der Kupfügel. Ich habe den Kupfügel mit dem Kupfügel. Hier ist der Kupfügel. Ich gebe es noch ein, dass ich 70 Gramm gebe. Ich gebe es noch ein. Und dann hier auf das Auge kommen. Hier ist es ein wenig. Einmal diese Böden mit einem Böden zu geben. Und dann noch die Böden dazu. Und dann direkt an den Schmuck. und das Gerne rein. Und die Schmuck auf der Schmuck. Bis zum nächsten Mal. Ich habe schon die Fasel geändert, dass sie bilden. Boah, da war es einfach schön, da haben wir. Es gibt hier eine Brustkolle, Das ist schon fertig, wir sehen uns schon wieder. So ist es dann fertig, wir sehen uns wieder. Die Kalken sind schon fertig. Die Kalken, die Kalken, die Kalken, die Kalken und die Kalken. Das ist jetzt eine kleine Teile. Das ist mein Lieblingses. Das sind meine viele Teile aus. Das ist Ihr welches Begleiter. Ich will Sie sehen. Das ist meine Lieblingses, die ich hier in die Kartei. Das ist hier in den Kartei. ein paar Böse und das ist es schön, dass ich Sie nicht. Ich hoffe, dass ich Sie nicht wiederholfen und ich Sie nicht wiederholfen, dass ich Sie nicht Ich hoffe, dass Sie nicht mehr zu sehen und es bei euch an uns abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye.